Kinderklub stellt vor! Das Malbuch Die Sämaschine Orange Grau Rot Dunkelgrau Schwarz Graun Hellblau Wenn man Weizen anbauen will, muss man die Weizensamen in den Boden säen. Das macht die Sämaschine. Die Bewässerungsmaschine Blau Dunkelgrau Schwarz Schwarz Rot Grün Braun Hellblau Damit die Samen keimen und nicht austrocknen, wenn es lange nicht regnet, müssen sie bewässert werden. Dafür gibt es die Bewässerungsmaschine. Der Mähdrescher Der Mähdrescher Hellblau Grün Dunkelgrau Oliv Oliv Grün Schwarz Beig Unser Weizen ist reif. Nun muss man es ernten. Das macht der Mähdrescher. Der Mähdrescher Der Mähdrescher Der Mähdrescher Der Mähdrescher Der Mähdrescher Der Mähdrescher Der Mähdrescher